Gamer Willst du alle umbringen, deine Freunde? Weißt du, was das ist? Freunde? Kennste? Ja, ist dir nicht so bekannt, ne? Freunde, das sind so Menschen, die haben Leben, Leben. Weißt du, was das ist? Hier, das ist übrigens draußen. Draußen schon mal gesehen, da hinten Sonne. Single Light Source nennst du's, ne? Ist ne Sonne. Ah, schön Luft, ne? Und ah, natürlich. Willst mich töten? Willst schön Splatter-Effekte? Na klar. Und heute schon was gegessen? Außer Chips. Ne, wie ist denn so? Und ernährst du dich auch gut? Etwas mehr als nur Zigaretten? Na, was ist denn? Was ruckst du denn? Na, kommst nicht klar mit Realität? Hier, ach komm, jetzt ermähre ich mit der Realität. Wirst du auch nicht wirklich verheiratet, wa? Also, ne, komm mal her. Komm mal her. Gamer. 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 Hahahaha. 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 Hast du ja wieder, Mann. Hahahaha. 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 So wack, alter. Hahahaha. Und. Na, wie ist, muss jetzt heulen? Ja, ist jetzt deine Energy aufgebraucht? Ach du Arme! Ach du Arme!